Das bekommt man für 100 Millionen, eh? Es war nicht schwer, dich zu finden, Touretto. Hab mich nicht versteckt. Letzte Woche hat ein Team von erstklassig koordinierten Fahrern einen ganzen Militär-Konvoi ausgeschaltet. Du weißt doch, Jura, mein letzter Job. Schon klar, dass du es nicht warst. Aber du wirst mir helfen, diese Typen zur Strecke zu bringen. Und wieso sollte ich das tun, Hobbs? Ich hab diese Crew durch zwölf Länder gejagt. Das hier war letzte Woche. Letty ist eine von denen. Das ist unmöglich. Ich brauche deine Hilfe, Dom. Und dein Team. Warum rieche ich hier Babyöl? Reißt du weiter das Mal auf? Riechst du gleich einen Tritt in den Arsch? Vor dir steht die beste Crew der Welt. Sieh mal zu, dass du sie bei Laune hältst. Die Zielperson ist Owen Shaw, ehemaliger Major beim SAS. Jahrelang haben sie in Europa operiert. Aber mit ihrem letzten Job haben sie ein neues Level erreicht. Es dürfen keine Menschenleben gefährdet werden. Ich biete ihnen die Chance, ihre Familie wieder zu vereinen. Sie helfen uns, an Letty ranzukommen und erlassen uns alle unsere Strafen. Dafür liefern wir ihnen schon. Das kann ich ihr nicht versprechen. So lautet der Deal. Entweder oder. Fahr oder stirb. Wir haben es nicht mit Cops zu tun. Oder Drogendealern. Das ist eine völlig andere Nummer. Dieser Kodex, nach dem du lebst, macht dich berechenbar. In unserer Branche heißt berechenbar angreifbar. Ich kann dich zerquetschen, wann immer ich will. Glaubst du an Geister? Vielleicht gibt es die Letty, die wir kannten nicht mehr. Man wendet sich nicht von seiner Familie ab. Auch nicht, wenn sie es tut. Wir reden hier von automobiler Kriegsführung. Was machen wir nicht? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.